wir würden die gegner ich mag so action rpgs man nicht schon bock wer hat sogar noch besser sein soll dann warum nicht sagen alle jedenfalls mal sehen und doch ja wer schon draußen meine uns gefällt diablo vier jahr trotzdem egal weil alle anderen sagen ja ja wird uns das vielleicht noch besser gefallen mal sehen ich weiß ich weiß noch nicht ob der crossplay haben wird es wird auf jeden fall für alle konsolen und für pc rauskommen ich dachte ja wenn alter ich habe nicht dass wir irgendwie großartig was machen müssen das ist ja auch nicht der sehen der sinn ist sehr gut immer am ende einstecken werden ja hier so ein bisschen um mir das ist ja viele gegner hat hier gefunden man hier ist ein alter kommen wir rüber hier ist ein schein ja dann wollte ich schon mal schon wieder die falsche tasse weil ich irgendwo ankomme sind die gegner tode und so läuft hat auch meistens für die spieler mit altraum dann die renner einfach durch das alles waren schocken ja ja das werden irgendwann wieder sein das weiß ich nicht mal sehen aber da ist ein bacher der mit weg da schild legt mich schild ich kann da durch angreifen ich habe deine schmache entdeckt also wie diese eine meliere ich bin zwar ein heiler aber dann leid er so eine knarre nach da habe ich bei der umgebrachte jetzt packen ja auch ganz schön logo ich tue ich so hier so aufpassen irgendwie die ganzen leute irgendwie ja schon machen wir sind ja aber keine gerade sehe ich ja irgendwie ist ja gar keiner außer uns bei 97 hat eine andere runde gemacht ja kompieter big boss ja 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 also boss arena meisterschaft haben wir schon hier überall tränke droppen exklusives blut sowieso durst der vergabene hallen da haben wir schon nicht auf einmal als eingesammelt ob eben eine hand okay dann habe ich den gerade eingesammelt keine ahnung zu schätzen als schlechter ich meine natürlich die game sagen die sind natürlich wieder besser aber naja klar bei tier sind in diesem gebiet nicht zugelassen eine anti pferde zu ja gut das hat für ein zeichen die flut steigt doch so ich gucke mal gerade müssen wir ja so ein weltball sie trocken wir mal am besten irgendwie schon neu ist irgendwie ich weiß nicht wann die mal auftauchen oder so alle paar stunden oder so ich war da auch nicht tun wir mal ein bisschen ich habe acht von zehn grausige graben ich auch weil das mal irgendwo was machen pvp gebiete dann gehen wir da rein nach also da okay weil ich schon klappen du bist näher hat man sich gerade am essen wenn man was ist nix ich kann am essen wenn ich gebe dir einen tipp lasse mich der ersten tipp geben okay es reibt sich auf koko trete alles klar joko brezel wo er wusste er das nur nein wie macht er dazu nur was auf ich bin in deinen wänden dann was gebe ich denn hier aus für meinen paragon ich muss das gebiet mal von dem dinge erweitern war 15 erreichen ich würde ehrlich gesagt nur noch alle stärke hier einsammeln stärke vorher der autob schon gemacht oder nicht naja davor hatte ich mal mit bestimmten fahrt wo ich hingehen wollte doch in den ganzen kern aber jetzt habe ich alle ja hat den noch nicht noch hatte ich jetzt gehe ich auf road ich weiß nicht ob ich dir das sagen soll weil nachdem wir das mal einmal gesehen das kann man das nicht wieder nicht sehen das logo von resident evil 6 ist nur sechs jahr das sieht aus wie eine giraffe die oral befriedigt wird naja kenne ich ja ja habe ich mal irgendwie so ist es jetzt auch nachdem ich mir hat einer gesagt hat ja habe ich mal immer gesehen ja irgendwas weiß nicht was wir hier machen müssen ist ja nicht im boss oder so wir wollen doch nur eure gaben ja wir kriegen also pvp sachen und ich bloß von dem fernen wohl das level 63 egal wie am level ich habe nicht dass ich glaube er der versuchte sich selbst sagen ja dass du auch sie sind Ich habe ihn mit ihm geholfen, ich habe ihn mit ihm geholfen. Wir fallen gelassen alle Lüge an. Wir haben schon alle Sachen Feuer. Okay, der erhöhtes Leben ist klar. Ich muss warten. Ich verziehe mich. Nur noch von dem Baum. Nur den Baum befriedigen. Der Baum ist klar. Natürlich ist es schwächer. Ich geh zum Baum. Ich würde ja raten, dasselbe zu tun. Für die guten Herausforderungen. Fürst einer Baum, lass mich dir was zuflüstern. Fürst dann aber auch willst du einen Schokobretzel. Das war das Witzige. Ich brauche die Schokobretzel. Wenn ich aufgemacht habe, habe ich einen richtigen Brezel gegessen. Wer hat sie gegessen? Pizza? Einen richtigen Brezel. Also okay. Aber Gott. Ja Gott. Das ist getan. Dort haben wir hier. Kopfschutzsammlung, Amulett-Sammlung, 2 an Waffensammlungen. Jetzt habe ich auch mal Chaos. Chaos ist einfach random Sachen. Ja. Da steht auch eine zufällige Auswahl. Zwei Sachen brauche ich nicht. Super. Geschwärzter Vermoer. Nicht so lange. Da habe ich auch. Wer können sie nicht hin kommen? Nix besonderes. Schwert heilig. Blutgetränkter Fels. Geil. Stinken das Mausoleum. Vielleicht war ich habe so viele Dinge. So ein Level 25 war ein bisschen zu schwierig. Deswegen. Wir haben es ja irgendwie geschafft. Ich habe ja letztens ein neuer gekriegt. den wir noch nicht hatten. Mh. Hasse. Ja. Aber der ist ja Level 25. Wir haben versucht man halt. Das war ja hier mit dem Leviathan. Also ja. Ich sollte vielleicht mal ein Dokument rauskommen. Hatten wir eigentlich schon. Das klingt so fremd für mich. Geheiligtes Bein Haus. Ich glaube ja. Ähm. Ähm. Oder. Das klingt so nicht vertraut. Ganz ehrlich. Ja. Geheiligtes. Ja. Zerspitterter Gipfel. Äh. Äh. Nach Region bei mir ja sortiert. Deswegen. Stinkendes Modulärum hatten wir schon. Äh. Habe sah. Ja. Entfernen hatten wir schon. Die lichtwache hatten wir schon. Zwei mal die lichtwacht lubansruhe hatten wir schon. Ja. Blut rote kobelle. Also ich kann alle meine eigentlich recyceln. Ja. Ich muss sowieso mal kurz nach oberstadt. Ja. Schon wieder eine reihe. Eine reihe voll. Da sind wir ja die beiden skelettbrüder. Wir haben beide so skelett. Wir sind hier von wie von undertale hier. jetzt fans und papyrus. Ja. 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 Das war mit dem ganzen Müll. Ja. 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 Mit dem Leviathan halten. Mach los. Du meinen anderen sachen mal recyceln. Weil auch beim schmied er weiß noch. Naja. Ich werde nicht zurück die zu anderen machen aber macht sinn. Go es gibt das hier auch also auch warum ich auch hier noch kultist der kann auch die sind ok warum kann ich dann drei von denen herr так stellen okay ich meine durch diese hat ich nehme an dich hier so grausige garm oder so kriegen wir auch das zeug nicht diese quest irgendwie so klamotten ja ich kann mir jetzt zwei herstellen und auf screen habe ich halt nichts gefahren also letztens habe ich alles bevor wir endet haben wir noch verballert also verdammt ein ding zwar weil ich jetzt habe ich einfach um boden ist das gewollt haben wir schon aber ich gucke mal nach oder vergraben der hallen rüstert trockenstäbe vergrabene hallen wir haben auch schon verdammt rasfelder das klingt auch neu ich habe nicht gehört irgendwas mit feldern ja das würde haben auch nicht das liegt bei mir aber auch hier im boden siegel verwehrten dann fangen wir mal blutrote kapelle weg wo man es ruhe licht war luvans wo habe ich auch gekriegt so ich muss ja mal jetzt sowieso gleich wieder einen trank ein nein dann gehört damit wir haben doch platz weg was für euch so hat man kurz 25 treibender schatten und das will das ding hat uns verfolgt na kam verteidiger monster wieder stehen verwundbarkeit schnelle monster angriffe wir haben schon mal zwei neue warum bin ich eigentlich derzeit so am leuchten irgendwie auch keine ahnung licht schleier der mich umgibt ja ich habe den auch da hat man noch drei neue hergestellt natürlich habe ich jetzt schon gedacht okay steht der lied des berges alles wacht wer soll man damit anfangen weil es erst das stufe 21 okay dann war ich mal was weil ich will nicht direkt schon wieder ja ich will mich erst mal wieder hier so ein wie ich mich aufgeregt gibt es dazu dann ich weiß du hast mich dass ich mich auch ja es war manchmal das kostet neuer 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 für jäger der neue season 23 diesmal kämpft man anscheinend gegen maschinenwesen okay erinnert stark an eltersgross online und ich bin schon mal im dungeon aber ja ich auch steht da neben mir da bist du ja ich gucke einfach für den trank hier trinke glückstreffer chance okay ja fahrungsboost halten wer weiß man hier schon wieder ab weiter mal in ihr ein dress entrinnen wenn drin stößt gegner zurück die gegner haben immer das fix unterdrücken monster verursachen im laufende von sekunden zu hat sich jetzt wieder als blutungsschaden monster die keine bosse sind regieren die können sich heilen ja da kommt sofort der schlund ist erhält das ist libya hand als erste frau seh ja ja da kommt weil sie sich weg aber hat er wege kann ich dachte dann ist unterdrücken dann block namen wolken schafft er war aber wie fühlt sich an unter dem schild angreifen zu können ja ich kann sie ich würde meine einrichtung okay aber ein skelett haben sogar überlebt 21 alle wären den ray film also wieder abgesagt so wie ich gehört habe irgendwie weil sie nicht scheint hat nicht richtig zu sein weil lucas als das der film noch passieren würde diese eine die irgendwie für die ganzen themen verantwortlich will der dinge sagt wenn star wars charakter spielen natürlicher schwein also wir sind kippsche treffer da kommt mehrere geschicht wurde sich aber und die rand und deren aber so viele schilder mittendrin als nur dabei nein ich habe doch entlang genommen war ich habe jetzt voll stark gegen den schild ich weiß nicht wie der nicht wieder ich habe ein schiff handgenommen bin heute mal gestorben wofür nicht in ihrem punkt stärke direkt am anfang ok ja schon mal sehr gut und jetzt aber im kreis glauben machen stellt dann schlafe ich mehr ich gehe mal unterdrücker bedeutet dann hat die alles und schild haben dann nämlich auch man macht der gegner darum macht er geht auf eine skilette los sie hat eine fliege die ganze zeit hin und her schaden ja ja elite gegeben haben immer das affix unterdrücker hat als jeder elite gegner ja hat so ein schild zu sein persönlicher albtraum deswegen da ist ein albtraum ich muss also für schaden der papier hat einer von sie sein das ist ja gerade neuer schilder und faktor ich soll so weit irgendjemand ist ja auch nicht machen oder ich muss mir gesagt das läuft wenn jemand hier ist sie am hochwaffen oder was ich glaube aber nicht um keine höchste leben oder ich weiß die heilen sich doch weiter die ganze zeit wie die lebensenergie von dem wieder rauf und runter geht ich mache nicht genug schaden den schaden den ich die mache ich dir sofort wieder generieren ich bin gar nicht dauernd aber ich habe keinen trank mehr gehen wir auf dem bär die ganze zeit wie die lebensenergie von dem wieder rauf und runter geht er dann mache ich dir also viel schaden ist ein leben nicht mehr damit schritt halten kann und liegen jetzt herr ich bin auch nicht wenn du mich auf 100 prozent aushältst da muss ich eben noch etwas weitergehen wir all bei gegen hier vorgetüben der anstommer so stark dass seine heilung nicht mehr damit schritt halten konnte ja ganz schön gedauert ja also den schaden den ich dem gemacht habe hat er sofort wieder drin gehabt das hätte die ganzen tag zu laufen ja weil du war nur mit der sich lang greifen kannst ja die macht halt nicht viel schaden ich habe nur noch einen trank da wisse ich bin jetzt auch hier er hatte kein schild ich habe kein trank mehr das ist vielleicht nicht in dem gibt da stehen ja ja ich muss warten haben wir schon überflucht okay ich war später raus aus dem ding da kann gar nicht wieder beleben mit den ganzen gibt da die ganze den erstmal sowieso zu töten das sollte eigentlich sollte funktionieren dass die große sollte da kann ja noch ein bisschen dauern ich habe keine tränke mehr geil jetzt könnte ich noch verlieren dann ist das hat er wieder voller energie aber ich auch ja das nervt okay das nervt der gift hat mich gekillt ich mache dem nicht genug schaden der heilt sich die ganze ich habe keine nein wenn ich die daumen triggern ich muss warten war ich will raus na na ja das hat mich auch gar geführt eh ich hatte mich keine scheiß tränke mehr lehrer vermacht das hat einen dungeon eingesammelt ja das überflutete tiefen nicht klingt klingt ähnlich auch gut zu tippen und ich schätze ich glaube ja aber ich sage gar auch ein sammeln kann ich auch mal gern ein paar von dem sammeln du kriegst du ja die ganze zeit würde sie gerne einen sammeln in der albtraum dungeons und mit dort irgendwie nicht so ich sehe von der litte gegnern die ganze zeit ich freue ich die küche in wochen einfach nur gehen wir auf dem terror los hat die aus ihrer schild auf dem bad für die kunden ich bin noch nicht ich bin nicht unter deinen schild gefangen du bist hier ein schild mit mir gefahren ich muss warten ich meine die sende macht auch weniger schaden als vorher deine angeführte normalen würde ich sagen und irgendwie auf stärke oder so basiert nämlich an eine feine nicht die machen physischen schaden meine freigen angefangen auch für sich ja aber es sind nicht irgendwie auf magie oder irgendwie sowas ich habe irgendwie keine sachen die magischen schaden machen und jetzt hat unterteilt in typischer schaden schatten schatten schaden und ich habe nicht wirklich sagen die magischen schaden machen oder sowas hier kann man nicht raus dann ja also das könnte ein bisschen herzlich werden wo dann jetzt wieder tonnen von gegnern ich mach das mal genau einfach so hebel und so okay ich habe wirklich erfahrung bekommen sind die dinge immer noch an das ist nur ein vogel da hätte das habe ich genau gesehen ich habe keine ahnung ich hatte wieder gift schaden genommen und so viel schaden genommen ja da kann gut sein ja wird man einer mit dem schild selbst meine ultimate macht keinen schaden also lassen das ich kann den scheiß eber nicht besiegen ihr denn so gut wie kein schaden ist meine hauptangriffe machen so gut wie kann ich sehe irgendwie bewegt er sich nicht mehr dann ist noch da ja der bewegt sich irgendwie nicht mehr der gegner er ist tot ouch gift explosion ich weiß nicht was los war aber der hat sich nicht mehr bewegt seine zeit ist gekommen ja dafür mich mal gedroppt zuk質on ja ich es ich 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 was geht wenn ihr irgendwie ich nehme an wenn die irgendwie so einen zustand haben dann geht das schild kurz aus ich bin noch nicht wenn er unter den schild fernkampf angepasst macht das genau kein schaden war da sie gesagt hat es fernkampf wenn er unter dem schild fernkampf einsetzt macht er den auch keinen schaden ich habe immer ich mache die ganze den angriff hier und dann macht den schaden aber ich weiß nicht ob er macht schaden aber dafür muss ich unter dem schild stehen und das würde ich gerne vermeiden weil ich nicht gerne mit denen im nahkampf gehe ich halte mich nur für euch wie du ha hier ist noch einer ich muss machen manchmal soll er soll in seine wacht hier wir haben schon alle getötet den jahr als wacht ein buch hinterlassen ein buch hätte er nicht irgendwie mal der endboss sein oder so naja das gehört der buch hinterlassen da steht aber nur geprägter ledergürtel warum ist denn den ledergürtel buch alles klar weiter gehabt alter normal naja hübschen hallo du hübscher ich glaube wir haben alle wir haben alle auf einmal irgendwie so ein stark angezeigt habe ja da sind drei durch alle damit getroffen alle meine angriffe machen so gut wie keinen schaden da war ich noch fast folge ich weiß nicht ob ich das hier schafft ganz ehrlich weil die keinen schaden nehmen alter ich mach ihn so gut wie gar nichts ich glaube irgendwie dass sie auch unter dem schild irgendwie weniger schaden nehmen ganz ehrlich ich meine ultimate hat so gut wie gar keinen schaden bei denen gemacht bist du denn schon wieder gestorben ja 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 ich muss machen noch ein bisschen zurück dass wir einer von freut wenn wir denn weniger weniger nicht mehr die kleinen tischer ihr dauernd freudiger rund und ja mal das leben ja ich weiß ich mache den guten kämpfen dann ist ja irgendwo ein bacher weil sie auch dabei eine lese geht dann mit steht oder so ich denke aus ich hätte hier weiterkommen ganz ehrlich freudiger und nimm das ich bin noch nicht wir uns auf einen konzentrieren ich habe keine tränke mehr ich auch nicht mehr oder ein wir sind beide auf den gleichen max mein schaden ein bewegt sich nicht er ist geglischt blutrote kapelle jetzt eine wassenschwenden auch nicht mehr bewegt wollen wir uns irgendwie einigen immer ein gegner zu gehen alleine hätte ich die nicht da und küsse keine tränke mehr gehabt und dann hätte nämlich fertig gemacht hier ist ein bacher der so eine große reichweite manchmal sind die ganze wie mit einem kampf dabei aber irgendwie das irgendwie das leben einigen gegnern wer weiß was die reichweite von denen ist okay hier kann man irgendwie nicht lang sieht was aus als könnte man da lang laufen kommen wir ja schon zum boss jetzt sieht schon ja da ist sowas warte dann trinke ich mal ja ein noch aber den schmerz platt stoffel ok der kommt mir irgendwie nicht bekannt dafür schaden das war mit dem pfefferminz ich bin noch nicht bereit das war leichter hat der eignis hier suchen das war dem boss die einsatz für die feier der hat ein einzigartiges freien gelassen und zwar sogar vermachte nur ein paar märkte 3 gelb und ein ding ja das ist besser aber ich kann mit der fähigkeit nichts anfangen also ich habe nur mühen bekommen also die einzigartige fähigkeit er kann ich ja nicht ersetzen war ein schönes bekommen ein brustschutz einzigartig und irgendwas für drei tier zügel bekommst du ja coole zeug er hat man schon mal ja weil ich hier weil ich der coole typ weil ich nötige habe als du dann du kommst ja hier ganz gut klar dass wir als wir auf dem dritten die schwierigkeitsgrad bekommen hat bis ich irgendwie mal irgendwie nur legendäre sachen bekommen habe ja deine zeit wird noch kommen dann du bist noch im wachstum ja wenn vorher krasse team aber ich will auch krasse sachen haben ja das ist jetzt hier wieder der einzigartige effekt ist jetzt wieder wat eh wenn ich blutkugeln einsamme erscheint ein zweiter knochengeist aber die fähigkeit benutze ich gar nicht mehr also habe ich nicht so viele sachen die kindes blutkugeln verwenden er ist bringt mir alles nix ich damit die tonne schmeißen ja irgendwie schon mir bringt das nix ganz ehrlich das ist um 73 punkte besser davon werde ich jetzt auch nicht glücklich verlassen der tunnel und des leviathans der ist aber schwächer was soll ich damit geguckt dann war das schon wer ist jetzt wird dann meine ich nicht aber ich habe nicht mehr überflutete tiefen mein seriat haben ja okay ich suche mal ob das ereignis irgendwie ist gehe ich eigentlich alleine durch ich bin noch nicht so kurz vom level ab ein bisschen ausgegangen ja also ich dachte wir machen ein eigenes hier drin noch was für ein ereignis was wir wollen nicht gibt es ja immerhin den land sind so ein ereignis hier ich dachte du bist auch schon draußen in 30 minuten beginnt weltboss das tue ich mir mal markieren weil den ganzen nicht schon voll erkundet das ist genau toll es gibt heute kapelle schild kollega und mehrere schildkollegen von vier schildkollegen auch hier sind zu vier schildkollegen ich muss man ja die ganze noch mehr erledigt wird der märkte krepieren da wo ich glaube ich kann man gar keine wiederbelebung so viel einfach vielleicht ist ja jetzt gar kein abtum dann schon mehr weil wir schon hier im boss erledigt haben ja dann gut sein ja auf der karte sicher nicht mehr aber wohl die haben ja immer neue schilder ich muss machen ja du end geht mir ein level ab geht mir ein geld blutgetränkter fels irgendwie ist ja keine eigens dann ok jetzt haben alles erkundet so gut dann eben nicht